Herzlich Willkommen, heute mit einer neuen Folge und ich habe heute zwei Nintendo Switch Taschen für euch. Einmal in klein und einmal in groß, um einfach zu gucken, was kann man so alles mit transportieren. Ich war unterwegs und hatte die Switch in der Bahn mit dabei, in verschiedenen Taschen mit dabei und mir ist immer wieder aufgefallen, dass weder mein Netzteil reingepasst hat so richtig, als auch noch das Ladesystem. Bedeutet sowohl Kabel als auch Powerbank, das habe ich euch in der letzten Folge gezeigt, hier verlinke ich euch nochmal. Und Supreme, vielen Dank an euch, die haben mir das Ganze mal zugeschickt, dass ich mir das Ganze mal mit meinem kritischen Auge anschaue. Ich packe es jetzt aus, denkt dran, der Eid des Dork, guckt mir ganz genau die Taschen an und sagt euch, was ich gut finde und was ich eventuell besser machen würde. Die eine Tasche, die andere Tasche. Warum schnuppert der Dork drauf? Es gibt einen einen oder anderen Kunden, der sagt, die riechen. Ich muss sagen, ja, die riechen. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mal eine Fensterbank oder auf dem Balkon, auf die Terrasse, wo auch immer hinzulegen und mal so ein bisschen zu durchlüften. Das ist das Erste, was ich auf jeden Fall euch kommunizieren möchte. Im Vergleich zum Original von Nintendo. Wir haben einmal beim Nintendo auch noch eine Folie mit dabei, aber es gibt auch separate hochwertige Folien, da verlinke ich euch auch mal eine Folge. Letztendlich passt da aber unsere Switch rein, die Games passen hier rein und man kann es auch aufstellen, obwohl es einen besseren Ständer gibt. Ich zeige euch auch nochmal eine Folge. Okay. Grundsätzlich haben wir hier aber ein Hard-Case und ich vermute, dass einfach dieses Hard-Cover-Case, wenn man das heute so schimpfen darf, heißt, wenn es heute runterfällt, schützt es etwas mehr als die Stoffummantelung von der Nintendo-Tasche. Grundsätzlich ist die dann auch schon ein bisschen dicker, die passt halt in jeden Rucksack, die eventuell auch, je nachdem wie viel Platz man hat. Die Switch lässt sich hier, das ist schon mal ein riesengroßer Vorteil, unter Gummi letztendlich verbergen und hält dadurch und kann nicht rausfallen beim Aufmachen. Finde ich auf jeden Fall gut. Und dann haben wir die Möglichkeit, hier unsere Games reinzulegen und sogar das USB-Kabel würde hier Platz finden. Hier hatten wir schon etwas weniger Optionen. Würde es zugehen. Würde sogar zugehen. Ja. Also, was ist so das Maximum, was kriegen wir so rein? Powerbank, zeige ich, schauen wir mal. Ohne, dass es das Display zerkratzt, würde es funktionieren. Ohne, ja, würde es funktionieren, würde es zugehen. Wow. Würde zugehen. Heißt, Powerbank, Kabel und dann haben wir unsere Switch und die Games. Also auf jeden Fall fasst es rein. Wenn wir den Geruch noch wegkriegen, ist es auf jeden Fall komplett empfehlenswert. Ist cool. Gefällt mir. Ist zu groß. Gedeutet. Passt locker rein, fällt dann auch sogar rein. Hier haben wir ganz viel Platz für die Games, als auch hier. Und auf der anderen Seite haben wir dann sogar Plattenhersteller Platz für einen kompletten Controller. Und funktioniert. Heißt, für die, die auf jeden Fall einen Controller mit transportieren möchten. Und sogar auch hier unser Netzkabel. Passt alles rein. Für die, die viel zu transportieren haben, die große. Für die, die auch recht viel, hier ist die abgespeckte Version ohne Controller, Powerbank, haben sogar die Möglichkeit. Finde ich cool. Also, fast volle Punktzahlen. Jetzt lasse ich sie mal 24 Stunden liegen und hoffe, dass dieser Geruch verschwindet. Eure Meinung wählen wir in die Kommentare. Denkt an Facebook, Instagram, da findet ihr euren Dog. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Dog. Und dann müssen wir das dann in der nächsten Folge. Und dann geht es, bis dahin.